Willkommen zurück zu Conker's Bad Today. Wir sind hier immer noch im Kriegsgefecht, immer noch im Panzer unterwegs. Entschuldigung, Verpatzer. So, jetzt müssen wir erstmal wieder die Brücke runterkriegen. Und da kommen auch schon die Teddys. Wartet mal. Hat jetzt Conker eigentlich noch seine Shotgun? Genau. Oh, das war eine selten dämliche Idee. Hätte ja funktionieren können. Naja, hat es leider nicht. Wow! Ey, das war fies! Das war wirklich übelst fies! Äh, ne, falsche Taste. So, ich mach hier so fertig. Das war eine ganz, ganz dumme Idee. Naja, probieren geht überstudieren, nicht wahr? So, jetzt muss ich nochmal gucken. Guckt die Maschine auf uns? Tatsache. Los, gut, dass du schon übelst am Schwanken bist. Äh, nein! Mann, das war jetzt wirklich selten dem. Warum drücke ich immer die falschen Knöpfe? Kann man das einer erklären? Nein! Ich weiß es selber nicht. So, schön weg, schön weg. Raus! Okay, so funktioniert das auch nicht. Schade. Hätte ja sein können. Mann, ich hab auch hier ein wirklichen beschissenes Save-State gemacht. Warum muss ich ausgerechnet hier so saven? So, ich warte jetzt, bis da dringend... Dringend, sag ich schon. Bis das Ding hier rum ist. Und dann save ich. So, schön rumgehen, schön rumgehen. So, und jetzt saveen. Äh, nichts! Oh, jetzt hab ich geladen, ich depp. Ach, was soll's. Wir haben ja genug Zeit, nicht wahr? Ja, verschwinde nochmal schön, Muni. So, wir warten, wir warten. So, und jetzt saveen. So. Gibt's doch nicht, dass ich hier an der Stelle total verkacke. Und wieso taucht der Telly genau hier auf? Das gibt's doch nicht. Wow! Moment, hier kann ich den überfahren? Das möchte ich jetzt mal wissen. Nein, 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 nein. Oh! Ey, what's so... Mrrr! Leckt mich doch am Arsch! Das kann nur echt nie wahr sein. Warum verzweifle ich hier an dieser Stelle? Was ist hier so schwierig? Ja, klar. Ist klar. Ja, ich kann's überfahren. Yeah! Autsch. So, macht das auch Spaß. Tays überrollen. Yeah! Kratsch! Yeah! So, macht das Spaß. Ich hoffe, die stehen jetzt nicht nochmal auf. Sind die jetzt wirklich down? Sind sie jetzt wirklich down? Ja, ich glaub, sie sind wirklich tot. Okay. So, mal gucken. Kann ich von hier aus schon? Nee. Ich muss ein bisschen weiter vor. So, tschüss, Mann. Ja, ich muss ein bisschen weiterentwickeln. Ja, da geht's schon los. Tolle Sau. Tolle Sau. Was sag ich denn da entschuldigt, Leute? Das ist mir grad so rausgerutscht. Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Wie komm ich denn? Tut mir leid. Na ja, okay. Weiter im Text. Wow. Okay, der A sagt, muss auch B sagen. Äh, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Riesige Höhle. Eine sehr, sehr riesige Höhle. Warum muss ich bei diesem Muster jetzt irgendwie an Mickey Epic denken? Keine Ahnung. Muss an der Farbgebung liegen. Wo sind wir? Ich seh da was, aber... Äh, what? Oh, Boote. Mit nur einem Auge. Oh, da ist jemand. Ja, hallo. Du winkst zu uns, ich komm zu dir. Oh, Mami, wo ist meine Mami? Hallo, Eichirnchen, hallo. Hilf mir bitte. Oh, ein kleines Mädchen. Ist das nicht ein bisschen zu gefährlich hier für ein kleines Mädchen? Was machst du überhaupt hier? Äh, bist du gekommen, um jetzt zu helfen? Äh, was ist das? Es ist ein Sonar, ähm... Ähm... Äh, woher weißt du das? Äh, das ist Schule. Also, ich hab sowas nicht in der Schule gelernt. Was auch immer, was ist das? Äh, ein Methil. Äh, ich denke... Äh, ein Teddyfunken... Äh, ein Teddyfunken... Äh, was? Ballistik... Äh, diese Worte. Äh, eine nächste Stile. Ja, wie dieser. Wow! Schnell weg da! Gut ausgewichen, Konker. Alle, Achtung, du hast gute Reflexe. Ja, ich hoffe, ihre Eltern haben Cash. Typisch Konker, er denkt nur an Kohle. Okay, so wie ich das verstanden habe, müssen wir jetzt die U-Boote hier platt machen. Aber wo müssen wir dafür zuerst hin? Ich weiß es nicht. Und da sind wir hergekommen? Wow, 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 wow. Äh, Schucki. Ja, Schucki ist jetzt gerade sehr, sehr gut. Ich glaube, ich werde mal ein paar Runden noch drehen. Und ein bisschen Schokolade einsammeln. Das habe ich nämlich dringend hier nötig. Ah, das kann ein bisschen dauern. Vor allem, ich sehe hier drei B-Buttons. Und ich habe keine Ahnung, welche von diesen wir jetzt als erstes, äh, angehen müssen. Ich probiere jetzt einfach mal drauf los. Okay, der ist schon mal nichts. Wow. Und gerade noch rechtzeitig da weg. Tolle Wurst. Das sage ich in letzter Zeit auch ziemlich oft. Tolle Wurst. Hm, ich schätze mal, ich gucke jetzt einfach mal, wo einfach ein U-Boot ist. Wo ist denn eins? Da ist es. Wir werden uns schon so gleich beschossen. So, ich hoffe, das wirkt jetzt nicht so schwer wie beim, äh, Zelda neulich. Das wäre nämlich übelst scheiße. Wow. Das war knapp. Wo ist denn das Asch jetzt? Äh, what? No. Boah, Mann, ey. Der Tellbruch echt zu lange zum Nachladen. Gibt's doch nicht. Komm schon. Und Fraps hat geschnitten. Das ist natürlich toll. Oh, und der Teil ist jetzt genau da, wo ich es nicht treffen kann. Oder doch? Doch erwischt. Gut. Okay. Ein Viecher war erwischt. Da ist der nächste. Scheiße. Das war nix. Boah, das kann sich nur noch um Minuten handeln. Yeah. Erwischt. Noch einer? Wo? Oh, da. Auch mal diese Welle. Jetzt war die Welle schuld. So, zielen und getroffen. Hä? Wo ist es hin? Da. Ja, klar, ich schieße drauf in die Welle, zieht es sofort runter. Ja, super. Oh. Boah, das war wieder übelst knapp. Na, endlich. Diesmal war die Welle mit mir. Ah, doch, okay. Bei dem Stück hier war es das jetzt. Jut. So. Ich glaube, ich werde hier jetzt auch noch mal eben saveen. Wow. Da kommen nämlich schon wieder die nächsten. So, speichern bitte. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Bloß gut, dass die hier nicht so gut zielen können, scheint mir. Oh man, sogar gleich zwei. Wie soll ich denn das machen? Die Teile, die brauchen nur viel zu lang zum Nachladen. Entweder kriegen wir hier jetzt eine bessere Waffe oder ich bin dann wirklich am Arsch. Ja, am Arsch. Ne, doch nicht. Hier ist eine Leiter. Juts. Ich bin doch noch nicht am Arsch. Na toll, jetzt haben die geschossen und ich werde jetzt bestimmt, äh, ja, genau das habe ich gemeint. Komm schon, komm, schnell aufstehen. Wo sind denn die? Nein, sogar gleich zwei auf einmal. Ja, haule, die Waffe. Au. Mann ist das fies. Wie soll ich denn das machen, ey? Ey, kommt schon. Das kann es doch nicht sein. Er war zum... Ja, klar. Jetzt zieht Konkar nicht mal die Waffe richtig. Und ich bin gleich da und ey, komm, ey, ich lade nochmal neu. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht so unfair sein. Das ist doch nicht zu schaffen. Okay, Konkar hätte da jetzt schon ersaufen müssen, aber egal. Ey, wie soll denn das gehen? Ey, what? Ich habe den B-Button gedrückt. Na toll, ey. Wie soll ich denn... Ja, wie soll ich das denn machen, ey? Komm. Das geht doch gar nicht. Oder ich muss einfach schneller mit dem Abfeuern sein. Das könnte es natürlich auch sein. Okay. Okay, das war Fail. Ich kann nur hier jetzt nicht die ganze Zeit mit Abschießen verbringen. Das geht doch nicht. Ah, okay, jetzt machen sie eine Feuerpause. Nee, doch nicht. Habe ich einen erwischt? Tatsache. Wow. Okay, offenbar bleibt mir ein bisschen Zeit. Ei, 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 ei. Ah, Turfe Kai. Ich glaube, ich habe sie beide erwischt. Oh, das war dämlich, glaube ich. Gut, es läuft noch gut. Ich spiele definitiv zu vorsichtig. Och, Mann. Okay, ich habe das Gefühl, das Teil ladet jetzt doch ein bisschen schneller nach. Und das war es schon hier? Gut. Gut. Das passt jetzt sogar eigentlich zeitlich. Denn die Zeit ist jetzt nämlich schon wieder um. So wie meine Uhr es jedenfalls sagt. Okay, dann werde ich jetzt hier speichern. So, saven. Und dann werde ich hier den Part beenden. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.